Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft und heute ist Dragon Escape und ich habe einen Skin, guck ich euch das an. Ja, hier zusammen mit Gaps und Pure. Ja moin. Ja moin. Oh, es ist schön mit Skin. Ich bin Iron Man jetzt, seit neuestem. Auf jeden Fall krass. Und wir spielen Dragon Escape, hab ich gehört. Wir machen Best of 3. Und Marcel, bist du schon weitergekommen als 3 Meter? Ja, warte mal. Das ist ja das, wo ich... Das muss mal... Ich versuche immer mehr als 3 Meter zu schaffen, einfach. Das Ding ist ja, ich lerne das Ganze, ne? Oh fuck, ich hab den Start verpasst. Richtiger Bass. Oh Gott, ich entspann mich erst mal. Oh fuck, aber fuck, Alter. Ich bin in die Abre gefallen, weil ich so ein dummes Stück Abfall bin, Mann. Ich hab nichts gesehen. Ich bin jetzt hier schon... Man kann ja mit der Axt... Ich bin auch runtergefallen. Nein! Ich war ja quasi schon weiß mit meinem achten Platz. Nein, ist das traurig. Oh, hab ich doch gewonnen. Marcel ist sogar vor mir. Ja, was? Ich hätte nur einen Meter weiter kommen müssen oder so, ne? Ja, zwei hättest du weiter kommen müssen. Oh mein Gott. Gaps gewinnt, ey. Ich sag mal, ich sag mal euch den Tipp. Wenn ihr am sterben seid, drückt rechts, lückt mit der Axt, weil die deportet euch so ein bisschen vor. Ja, ich weiß, das weiß ich. Wo hab ich diese Axt eigentlich? Erster Slot, ja jetzt müssen wir zu kurz zurück, bis die fertig sind. Aber dann erstes Slot im Inventory. Das portet einen dann ein bisschen, oder wie das? Ja, ja. Inwiefern? Gibt es so ein Schuh. Wie? Kann ich das jetzt immer einsetzen? Dann kann ich halt auch über die Map fliegen. Alle paar Sekunden. Also alle sieben Sekunden, oder was? Okay. Dann probieren wir uns über die Map fliegen. Das wenn man so runter... wenn man merkt, dass man runterfällt, ne? Kann man das schnell noch machen. Ja, ja. Du kannst auch beim Springen oder so, um irgendwo hochzukommen. Ja, du kannst auch zum Beispiel so Hindernisse überwinden schneller. Naja, vor allem dort bei diesem Ding hab ich heute bei Ungey gespielt. Ich hab's heute auch mir angeguckt. Der kann das ja sehr gut zum Beispiel. Ja, der zockt sowas halt richtig heftig. Ja, das würde ich ja auch machen jetzt. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht wachen will. Ich würde das ja auch machen. Nein, nein. Aber ich meine wirklich so Jump'n'Runs. Mhm. Hätte ich auch über Bock, mir so eine Adventure Map zu viert anzuzocken. Ich hab ne eigene. Selbst gebaut? Ja. Ja. Ist sie gut? Also sie ist einfach von Anfang an nicht so leicht. Ja, wer dafür, dass wir uns... Also hat er die Map geschafft? Ey, ihr könnt uns ja Vorschläge für Adventures. Jetzt geschafft, ist nicht schlecht. Was können die? Vorschläge. Die können uns ja Vorschläge für irgendwelche Adventure Map schicken. Halt Parkour, nicht so Rätseldinger. Mhm. Weil ich hab keinen Bock zu lesen, so. Haha. Ich spring hier einfach nur rum. Ich bin echt am überlegen, ob ich dieses Pixelmon mal mache. Pixelmon? Was ist das? Ja, Pokémon Minecraft Mod. Ja, das... Also wer bei erster gäbe... Du hast... Du hast einen Punkt, oder? Ich hab einen Punkt, ja. Nur auf meinem Kanal der Punkt. So lächerlich, dass du gewonnen hast und ich hätte nur einen Meter weiter kommen können und ich bin einfach runtergefallen, weil ich behindert bin. Mhm. Ja, das bist du. Aber ich bin auch richtig behindert gestorben, also. Da ist einfach ne Eiswaffel. Guckt euch das an. Ne Eiswaffel. Wer, wo? Schau mal Pure, hier. Wo bist du? Die Musik ist so cool, ne? Ich liebe diese Musik. Habt ihr auch eine Musik an, oder habt ihr ohne? Ich hab keine Musik an. Äh, ich hab keine Musik an. Von Beaterim übrigens, die Musik. Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Wisst ihr was? Die Musik geht's an. Da lass ich mich ja nicht lumpen wie strumpeln. Ey, Pure, Gaps darf jetzt nicht gewinnen. Ich weiß. Heiß. Oh, wer weiß man. Ja, der Boss wird schon gewinnen bei der zweiten Map da. Es ist jetzt diese, wo ich am Anfang versucht hab, das Laub wegzumachen, wo es nicht ging. Ich weiß nicht, wo du das von jattest. Ja, es gibt nur zwei Maps, oder? Es gibt zwei. Ja, toll. In dem ersten Slot ist die Axt. Hier werde ich wahrscheinlich nicht mehr einen Meter weit kommen. Rechtsklick auf die Axt, ne? Ja, rechtsklick. Es hat gelegt, ich dachte ich sterbe, Alter. Ja, ich auch. Es hat mir runtergefallen. Nein! Drache, lass mich in Ruhe, bitte. Komm, Drache. Ich bin so behindert. Nein! Fuck, Alter. Schon wieder tot? Nein, noch nicht. Oh mein Gott! Ich hätte mich fast so krass gerettet, aber so werde ich leider dann wieder... Mann, ich bin so schlecht, Alter. Ich lerne es ja noch Leute, es ist doch gut, es ist ne Spaß. Ja, man muss es ja lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel. Das Ding ist, ihr seht halt echt jeden Schritt, weil immer wenn ich zocke, dann nehme ich es auch meistens auf. Ja, Minecraft wird bei Marcel wirklich immer aufgenommen. Ja, ich guck mal mit dem Matthias. Das hat doch nicht wirklich gemacht, dass er einfach mal so zockt ohne auf. Ja doch, aber ich hab neulich schon richtig Bock gehabt. Also es macht immer mehr Spaß auf jeden Fall. Man muss halt ein bisschen lernen, damit es mehr Spaß war, das ist ja bei allem eigentlich so. Außer bei COD, das macht am Anfang am meisten Spaß. Ja, das stimmt. Ich hoffe, Matthias fällt in die Lava, er brennt schon mal, das ist schon mal gut. Ich brenne auch, schade. Na gut, schön Matthias, sehr schön. Danke. Fuck. 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 Was? Läu, ich bin der gerettet. Schön. Nein. Es schaffst du locker noch. Gäbs so witzig mit deinen pinken Haaren, Alter. Oh du Scheiß. Jetzt haben wir die beiden Kollegen hier auf einem Haufen. Oh, Matthias so knapp, ne? Oh, Matthias so knapp! So knapp! So knapp! Ich hab ihn vorgebrotet, Alter! Sau witzig, Mann! Ich hab so meine Augen so richtig auf die Leiste gekriegt mit wer jetzt warm ist. Scheiße! Also wo haben wir denn die Kollegen, die noch leben? Ja, du musst einfach nur auf den Kompass rechts gehen, dann klappen sie automatisch zum Leben. Puh, ist einfach tot! Oh Mann ey, das ist aber richtig geil! Okay, dann steht's jetzt Wert gewonnen von euch, Matthias, ne? Ja. 1-1. 1-1. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, dann geht's noch eine Runde, ne? Ja, dann geht's, es geht bis einer 3 hat. Nein, bis einer 2 hat. Best of 3 haben wir ja. Best of 3 ist, wenn einer 2 hat. Nein. Doch. Wenn du jemanden sagst, ich spiele jetzt Best of 3 heißt es... Wir machen's zu dritt. Wir machen's zu dritt, das halt. Ja, ja, wir machen's. Hä, was ist das für eine Logik? Trotzdem, wer zuerst zwei Punkte hat. Ungespielt hat heute auch gemacht, wer zuerst zwei Punkte hat, falls ihr euch daran orientieren wollt. Was heißt, ich... Wenn du jetzt mit jemandem sagst, wir spielen Xing-Shanxiong, Best of 3 dann spielt ihr nur 3 Spiele und nicht wer zuerst drei hat... Ja, Niklas. Marcel, du hast schon recht, aber... Matthias, Knecht, Specht, Ungerecht, Stich dem Schacht aufgelacht, Flachgelegt, Dachken... Oh, Scheiß! Ey, ich überlege? Witzig raus. Ich überlege ob ich die Leute am Anfang einfach mal alle laufen lassen und dann mir einfach von hinten so ein bisschen komme. Nein, ich bin jetzt ganz vorne gestartet und musste am Anfang auf den Pinken-Wall-Tippen Balken achten es leckt grad bei mir, könnte es sein. Ich bin grad aufgestartet. Bei mir ist bei mir ist gar nichts. Jetzt gehts los, genau. Leck mich. Und ich bin einfach tot. Einfach nur weiterkommen als Gaps. Komm schon Marcel. Komm es kann nicht so schwer sein. Gaps hat gewonnen, weil... Ich war, bei mir ist es nicht so... Gaps hat gewonnen, weil ich behindert bin. Oh man, ich bin so schlecht. Dreimal letzter. Ich war einfach zu dumm. Wie ist denn Gaps? Ist der noch drin? Oh Gott. Ich bin einfach von Anfang an gestorben. Dafür kann ich nichts. Ja, aber in der ersten Runde bist du auch vor mir gestorben, ne? Nein, in der ersten Runde warst du Zweiter. Ja, ich bin jetzt auch Zweiter. Ich war zweimal Zweiter, einmal Dritter. Das heißt, ich bin eigentlich der Beste im Schnitt, nein Spaß. Wir sagen einfach, Gaps muss die nächste Ding seinen Sieg halten. Ja, dann... Gaps hat schon gewonnen diese Folge. Der nächste Aufnahme ist Sieg verteidigen. Ja. Fuck, Alter. Fick mein Leben. Ja, so Gaps, der Drache ist jetzt schon relativ nah. Ich komme nicht drin, lieber! Also Gaps, jetzt würde ich es schaffen bei diesem Versuch. Also würde ich es dir jetzt empfehlen. Jetzt Gaps. Ne, ne, hat's geschafft. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt. Ja, der Drache ist bald da. Ich hasse dich, du Winzer. Also... Ich würde mir... Mit krassen Murfmann. Ich brenne auch. Du hast ihn erholt, das war echt gut. Ich glaube, du gewinnst die Runde. Weil er verkackt gerade ein bisschen. Er verkackt übels. Ich glaube, er ist AFK oder so. Ah ne, da ist er wieder. Ich brenne die ganze Zeit im Übrigen. Ich bin ja vorbeigesprungen. Habt ihr das gesehen? Gucken ob er es schafft. Ich... Ich kann gar nichts mehr. Also jetzt hier. Na gucken ob er es noch schafft jetzt. Den Sprung. Jetzt guck ich noch mal. Jetzt bin ich hier schon übergefallen. Ich gucke ob ich den Sprung jetzt schaffe. Ich bin der Erste. Das gewonnen. Ja, B und ZZ. Ich habe noch nicht versucht, aber ich hoffe trotzdem, dass man Krebs stirbt. Also ihr wisst ja, ich bin der krasseste Spieler in dem Game auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist mal wieder klar geworden heute. Ja. Ja. Richtig traurig eigentlich. Aber naja. Was soll man machen? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst trotzdem eine Bewertung, obwohl ich so gut bin. Ja. Lass eine Bewertung da und schau auf beim Sieger vorbei. Na genau. Genau. Ihr könnt auf jeden Fall Gabs mal abonnieren. Den neuen Let's Play-Kanal aufgemacht. GabsGayGaming. Na Spaß. Ich sage es immer wieder. Also GabsGaming. Link in der Videobeschreibung. Auch zu Matthias, zu Pio. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bis bald. Aber nicht bald. Na Spaß. Oh Gott, ich bin schwul. Haut rein und ciao. Oh Gott.